Und ich spreche jetzt mit Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaligen Botschafter in den USA. Hallo nach Berlin. Guten Morgen. Nach dem G7-Gipfel appelliert die Kanzlerin an Europa, es müsse sein Schicksal künftig selbst in die Hand nehmen. Hat sie recht? Natürlich hat sie recht. Wenn nicht jetzt, angesichts dieses Vorgangs, bei dem der amerikanische Präsident, um es mal salopp auszudrücken, mit der Abrissbirne durch die westliche Werteordnung tobt, wenn nicht jetzt, wann denn dann, wann denn sonst, soll Europa endlich seine Geschicke selber in die Hand nehmen? Die Frage ist, wie macht man das? Was muss getan werden? Ich glaube, wir sollten also jetzt übergehen, statt immer nur über Trump zu jammern, wir sollten überlegen, was genau sind denn die Entscheidungen, die hier anstehen? Darum wird es jetzt gehen müssen. Nicht um das Beklagen der Zustände in Washington. Aber wie kann das denn gelingen? Wie kann Europa auch selbstbewusster auftreten? Europa hat ja momentan mit sich selbst genügend zu tun. Der Brexit muss irgendwie über die Bühne gebracht werden und bei vielen Themen ist man zerstritten. Also fangen wir mal an mit der Art und Weise, wie in der EU, und um die EU und ihre Handlungsfähigkeit geht es ja, wie in der EU außenpolitische Entscheidungen getroffen werden. Da gilt bis heute, dass diese Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Also wenn da nur einer, vielleicht der Allerkleinste, ein Problem hat mit irgendeiner Festlegung, dann kommt sie eben nicht zustande. Sigmar Gabriel hat vor kurzem die Frage aufgeworfen, ob es nicht ein wichtiger Schritt wäre, wenn wir uns darauf einigen würden, dass wenn einer anderer Meinung ist, dass der dann sozusagen freiwillig auf sein Veto verzichtet, um eine Entscheidung herbeizuführen. Finde ich einen Schritt in die richtige Richtung. Ich würde aber noch viel weiter gehen. Ich würde sagen, warum können wir denn in der Europäischen Union, die sich jetzt so bedroht fühlt, außenpolitisch, sicherheitspolitisch, durch Terrorismus, durch Kriminalität, warum können wir denn nicht Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik einführen? Das funktioniert doch beim Handel und in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen auch. Dann wäre die Kraft, überhaupt Entscheidungen zu treffen, um ein Vielfaches gestärker. Das wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt. Aber ganz ohne die Amerikaner wird es ja nicht gehen. Wie abhängig ist denn Europa von der nuklearen Abschreckung Amerikas zum Beispiel? Da haben Sie vollkommen recht. Wir können unsere Unabhängigkeit von den USA nur in Teilbereichen herstellen. In einigen Feldern bleibt es bei der Abhängigkeit, wie Sie zu Recht sagen, im nuklearen Bereich. Aber im militärischen, im sicherheitspolitischen Bereich insgesamt ist es doch eine unnatürliche Situation, dass 500 Millionen Europäer sicherheitspolitisch total abhängig sind von 350 Millionen Amerikanern. Das kann nicht sein. Wir können, das hat man ja bei dem Vorgang Libyen vor einigen Jahren gesehen, wir erleben es immer wieder, wir können militärisch nicht beanspruchen, ein glaubwürdiger Akteur zu sein. Die Europäische Union war bei der Frage, wie kann man den Krieg in Syrien beenden, der doch uns im Wesentlichen jetzt zur Last fällt. Die Flüchtlinge sind ja nicht nach Washington gepilgert oder nach Moskau. Die Europäische Union saß am Spielfeldrand, als Washington und Russland angefangen haben, Friedensgespräche aufzunehmen, eine Friedenskonferenz einzubufen. Ich finde, das gleicht fast einer Bankrotterklärung. Die EU müsste hier im Fahrersitz sein. Wir sind doch die Betroffenen. Das geht aber nur, wenn wir politisch und militärisch Handlungsfähigkeit zeigen und auch nachweisen können. Also braucht es Ihrer Meinung nach eine europäische Armee oder sogar ein eigenes Atomprogramm? Das wurde ja zuletzt von den Polen angeregt. Also das europäische Atomprogramm ist abwegig. Das kann und wird es nicht geben, jedenfalls nicht mit der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben nuklearen Waffen schon vor Jahrzehnten und dann noch einmal bei der Herstellung der Deutschen Einheit abgeschworen. Also das kann kein Thema sein. Die Europäische Armee halte ich für ein anstrebenswertes Fernziel. Darum geht es jetzt aber im ersten Schritt gar nicht. Es geht darum, dass wir aufhören, sechsmal mehr Waffensysteme beispielsweise als die USA zu unterhalten. Wir verwenden unsere Verteidigungseuros in unglaublich, fast verantwortungslos, ineffizienter Weise. Wenn man gemeinsam, wenn man anfangen würde, gemeinsam einzukaufen, Programme gemeinsam zu definieren, sich europäisch abzustimmen, wer was macht, wer welche Systeme zu Wasser, zu Lande, zu Luft anschafft, dann könnten viele Milliarden eingespart werden. Und das wäre aus meiner Sicht ein viel sinnvolleres Programm, als diese Hauruck-Methode, jetzt von allen, auch von den kleinen europäischen Mitgliedstaaten, die Erfüllung des 2-Prozent-Ziels zu erbitten. Das führt nur zu unkoordinierten Anschaffungsprogrammen. So wird aus meiner Sicht kein Schuh draus. So wird Europa auch nicht handlungsfähiger. Kommen wir nochmal zurück zu Donald Trump. Er hat sich ja in einigen Punkten auch schon bewegt. Also zum Beispiel hält er die NATO nicht mehr für obsolet. Und er hat unter Druck auf dem G7-Gipfel ein Bekenntnis gegen den Protektionismus abgegeben. Ist das nicht ein kleiner Erfolg für die anderen Staats- und Regierungschefs? Ja, und ich glaube, das zeigt ja nur, wie wichtig es ist und wie wichtig es auch bleiben wird, dass wir sozusagen unverdrossen, auch wenn es manchmal ärgerlich wird, daran arbeiten, die USA davon zu überzeugen, dass wir und nur wir Europäer die besten Partner sind, die die USA jemals haben werden. Das ist seit über einem halben Jahrhundert so und das wird auch so bleiben. Das müssen wir in Amerika viel deutlicher machen. Wissen eigentlich die amerikanischen Wähler, die Herrn Trump gewählt haben, Wissen die, was wir für treue und gute Partner sind? Wissen wir, dass wir keineswegs mit Dumpingpreisen den amerikanischen Markt überschwemmen? Wir müssen also auch mehr investieren in die Unterrichtung der amerikanischen Bürger, die von Europa und seiner Politik keine Ahnung haben. Propaganda in USA, gute Propaganda, Informationspolitik, das ist jetzt auch wichtig. Eine letzte Frage von Donald Trumps Europareise. In den letzten Wochen wurden auch oder werden auch viele Bilder in Erinnerung bleiben, zum Beispiel wie er sich an Montenegros Premier vorbeidrängelt. Manch einer konnte sich auch ein Lachen über das teils undiplomatische Verhalten des US-Präsidenten nicht verkneifen. Sie haben aber immer wieder davor gewarnt, Donald Trump sei kein, und ich zitiere Sie, dümmlicher Idiot. Sie haben ihn ja selbst schon mal kennengelernt. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Ich glaube, dass Donald Trump ganz genau weiß, was er will, was er jetzt will. Und ich fürchte, er hat dieses Ziel in wesentlichen Teilen auch erreicht mit dieser Europareise, ist, dass die Menschen in den USA, die ihn gewählt haben, seine Stammwähler, dass die eher applaudieren. Natürlich ist die New York Times und die Washington Post empört. Natürlich geniert man sich in Elite-Kreisen in den USA über diesen rübelhaften Präsidenten. Aber Donald Trump weiß, wem er was schuldet. Er ist gewiss kein dümmlicher Idiot. Aber er ist eben auch niemand, der weltpolitische Verantwortung bereit ist zu übernehmen. Das ist eine große Veränderung gegenüber den Präsidenten der letzten Jahrzehnte. Und deswegen ist dies ein historischer Augenblick, in dem Europa tatsächlich seine Chance wahrnehmen muss, sich selbstständiger zu machen, sich handlungsfähiger zu machen. Lassen Sie es mich so formulieren. Wladimir Putin hat durch sein Verhalten in der Ukraine-Krise dazu beigetragen, dass die NATO sozusagen einen zweiten Frühling erlebte. Vielleicht kann man in einigen Jahren sagen, Donald Trump hat durch sein Verhalten dazu beigetragen, dass die Europäische Union einen zweiten Frühling erlebte und erleben wird, der sie zu größerer Selbstständigkeit, zu einer besseren Vertretung der Interessen einer halben Milliarde Europäer bringen wird. Das wäre meine Erwartung. Wir werden sehen die Einschätzungen von Wolfgang Ischinger. Vielen Dank nach Berlin. Danke sehr.